Die 6 besten Bold Schüssel Tuco Produkte Ich habe die OXO Good Grip Salatbox mit Deckel ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Die Box hält die Luft draußen und ist stapelbar, was bedeutet, dass ich mehrere Boxen problemlos aufeinander stapeln kann, um Platz zu sparen. Außerdem kann ich sie in den Geschirrspüler stecken, was die Reinigung viel einfacher macht. Die Box hat eine schöne weiße Farbe und ist sehr robust, was mir versichert, dass sie lange halten wird. Ich empfehle die OXO Good Grip Salatbox mit Deckel für alle, die eine zuverlässige und langlebige Vorratsdose suchen. Ich habe den Lunchbot Ellipse Nordic Grün ausprobiert und bin sehr zufrieden damit. Der Becher hat ein Fassungsvermögen von 500ml und ist sehr praktisch für unterwegs. Ich benutze ihn oft für mein morgendliches Müsli. Der Becher ist auch spülmaschinenfest, Mikrowellen geeignet und kann sogar in den Tiefkühler gestellt werden. Die Qualität ist sehr gut und das Design ist ansprechend. Ich kann den Lunchbot jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer praktischen und robusten Lunchbox ist. Ich bin wirklich beeindruckt von der Mepal Multi Bowl Circular Round Aufbewahrungsbox. Es ist eine großartige Möglichkeit, Lebensmittel frisch zu halten, ob im Kühlschrank oder in der Mikrowelle. Das luftdichte Design hält Lebensmittel länger frisch. Ich benutze es auch gerne, um Reste aufzubewahren und es ist super einfach zu reinigen. Die 1000ml Größe ist perfekt für eine kleine Familie. Ich liebe auch die Nordic Green Farbe, die in meiner Küche wirklich gut aussieht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Produkt und würde es jedem empfehlen, der eine qualitativ hochwertige und praktische Aufbewahrungsbox sucht. Ich habe das Mepal Circular Multi Schüssel Set dreiteilig rund Nordic Black ausprobiert und bin begeistert. Die drei verschiedenen Größen passen perfekt für meine Bedürfnisse und ich kann sie zum Aufbewahren, Kühlen, Einfrieren, als Mikrowellengeschirr und sogar als Servierschale verwenden. Die Deckel halten dicht und verhindern das Auslaufen von Flüssigkeiten. Die Schüsseln sind auch sehr stabil und langlebig. Ich kann das Mepal Circular Multi Schüssel Set jedem empfehlen, der nach einer vielseitigen und hochwertigen Aufbewahrungslösung für die Küche sucht. Ich liebe meine Emsa 518.097 Clip & Go Salat Box. Mit ihren praktischen Einsätzen für Toppings und Dressing ist es super einfach, meine Lieblingssalate unterwegs mitzunehmen. Die Box ist 100% dicht und die frische Dichtung sorgt dafür, dass alles frisch und knusprig bleibt. Ich schätze die Qualität der Emsa Produkte sehr und bin mit diesem Vorratsbehälter mehr als zufrieden. Es ist perfekt für meine Bedürfnisse und ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Eine großartige Investition für alle, die eine gesunde und leckere Ernährung unterwegs schätzen. Ich bin total begeistert von den runden Meal Prep Containern von Igloo. Sie sind perfekt für meine Bedürfnisse und ich kann endlich mein Essen sauber und sicher aufbewahren. Der luftdichte Deckelverschluss ist großartig und hält alle Aromen und Feuchtigkeit im Inneren. Ich liebe auch, dass sie spülmaschinenfest und wiederverwendbar sind, ein großes Plus in meiner Küche. Diese Essensboxen sind BPA-frei und eignen sich perfekt für die Mikrowelle. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.